Oh, Shaco ist sogar ohne Dings. Ohne Flash. Warum habe ich das dumme Gefühl, dass wir jetzt richtig auf den Sack kriegen? Hm. Schauen wir mal. Der Pike war noch nicht so gut, war letztes Season Bronze 3. Der Ezreal ist auch erst Level 45, Ari war Silber, Shaco war Silber. Der Heimedinger ist erst Level 33, also den können wir eigentlich öfters mal holen. Ja, also die Ari und Shaco sind Pre. Ja, der Heimedinger ist der einzige Solo. Und die Vayne und Sona sind auch Pre. Oh, aber unser Twisted Fate ist auch erst ein Newbie. Warum steht denn da bei mir Last Season Bronze? Ich war nirgendwo in Bronze, Helo. Ja, ja. Ach so, ne Verarsche. Scheiße. Carrying man sich hoch. Ich war noch niemals in Bronze. Also irgendwie unser... Laut dieser Seite hier haben wir eine 63%ige Winner Chance. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na gut, die haben keinen Tank am Ende. Das kann dann schon sein. Bei meiner App war es auch, dass wir eine gute Chance haben. Aber der Shaco nimmt halt die Vayne raus. Also das ist... Na ja. Egal. Kommt immer drauf an. Einfach spielen. Scheiß auf Stats. Bitter Feed. Aber den Heimer kann ich ja eigentlich ganz gut ganken, oder Kevin? Der kann ja gar nichts machen. Kann halt nicht weg. Der muss halt nur auf seinen Türmen aufpassen, weil der schon irgendwann richtig Schaden machen. Ja, aber am Anfang wird es ja nicht so. Nö. Aber der wird eh bestimmt die ganze Zeit nur passiv rumstehen. Ich guck mal, dass ich ihn relativ am Anfang schon runterhauen kann. Solange er noch nicht so viele Türmen so aufgestellt hat. Das ist da, oder? Ja. Du bist Krom, oder? Ach, jetzt habe ich vergessen. Worte still. Hm. Hm. Nach den Dingern bin ich noch nicht auf Level... äh... ...äh... frei. Nö. Du musst nur mindestens dann noch ein drittes Camp machen. Mann, wie schnell pusht denn der? Ich sehe jetzt schon mal in my base. Ojalá. Ja. 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 ich habe gesehen dass er seine seine puppe seine puppe in den reingemacht ich komme halt top auch am besten glück rein ja da kommt er eh ok jetzt ach herrje ja das müssen wir gleich nochmal versuchen hat er flash genutzt glaub schon das war eng aber richtig eng hast du teleport ich kann schon mal kurz die türme ich will mich halt kevin na gut jetzt die ausgabe heute wo bleibt meine freude ich soll einfach schreiben dass mir soll das leise und doch schreibe ich fragen die mich ewig klagen warum will ich sagen nach hennen und zwar kannst du lesen was ich an die tafel schrie kannst du darin lesen warum kein lücken sie kannst du mir sagen warum mein herz ist schwarz wert weißt du wer ist wann weißt du wer ist schwarz bringst du zu dem rätsel die gleiche dazu und die schlinge um den reich so jetzt komm ich nochmal drauf der push gleich so gehen wir rein sind nur 2 tauern levin oh ja ach herrje what the fuck der ist level 7 ja ja das wars ich dachte der ist doch level 6 oder 5 das war dumm sorry aber ich hab da echt nicht drauf geachtet ach shit ja gut das ist jetzt zu schwierig ich glaub da kann man nix mehr machen das muss man echt auf die botlane hoffen naja ich muss gucken dass ich jetzt massig farm kriege naja farm bringt halt noch nicht viel doch aber damit ich halt level 6 werde doch aber damit ich halt level 6 werde man kann man halt auch schon fast da ich gucke bisschen mit denkt dann tut jetzt einfach counter channel da leide der turm schon da fügt mich richtig hm ich krieg nicht mal wie ein turm da mit einem kuh ja gut dieses spiel wird wohl nicht so lustig wo will denn der twisted hin hm der hat halt doppelt auch ne farm schon 3 0 und der turm ist auch noch ein fuk und 3 level über mir ja 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 Alter. Es ist halt so lächerlich, ich kann nichts machen. Ich war schon wieder tot. Es läuft bei dir. Komm mal schnell, top. Okay, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Mach es nicht! Uiuiuiui. Na ja, wir gesehen, da wird vom Tower gehittet, da musste ich rein gehen. Okay. Den Schaden musste ich mitnehmen. Jetzt habe ich wenigstens ein dicke Shutdown mit Gold bekommen. Hüiuiuiui. Und dann, wenn ich nicht stehen, ich lieber sehe. Eine Tür ist auf dem Weg. Hüiuiuiuiui. Hüiuiuiui. Versuch einfach irgendwie safe zu stehen. Naja, der Turm ist jetzt eh noch bei den nächsten Mini-Wave weg. Warte, ich komm. Oh, fuck. Pass auf, du tüttel dich, hau ab, spring weg. Hau ab, hau ab. Ich bin welch, ich stehe hinterm Tower. Ach so. Mach er jetzt. Ja. Der hat ein gutes Wort dahin gesetzt. Da war er greedy. Da wollte er dich ja unbedingt haben. Ja, aber ich stand eigentlich schon, fand ich ziemlich weit weg. Aber okay. Ich krieg überhaupt kein Zucker aufs Spiel grad, Kevin. Ich auch nicht. Richtig nervig. Ich hab jetzt auch absolut kein Davage, weil ich baue jetzt grad nur auf richtig Tank auf. Weil wir haben jetzt zwei gefilte Abhealer bei denen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie auf. Sollste auch nachher auf Dings gehen. Klinge von Mordzius zum Beispiel. Okay. 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 Look, Kevin. Huch. 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 Du weißt nie, wo irgendwelche Boxen stehen. Huch. Huch. Okay. 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 Ja, und die kommen zu dir. Ja, und die kommen zu dir. So, jetzt kommt der auch noch auf der Top-Bahn-Stritt auf den Ort. Oh, pass auf, da kommen wir Teams. Ja, wir sind zu zweit. Was willst du denn da jetzt machen? Ja, der hat halt keinen Flash, was? Also der, der Checo. Ja, pass auf, hier kommt die Ari. Oh, er hat da eigentlich der Checo 40 Farben mehr als ich. Oh. 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 Oh, mein. Okay. Oh. 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 Nach 5 Sekunden habe ich meinen Sprung wieder, dann ist er eh tot. 2, 1, 2. Gut. Puh. Pass auf, wir sehen gar einen Moment. Das hat mir gerade richtig gut getan, die zwei Kills. Hm. 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 Achtung mal, Robin, hinter dir ist auch noch Shaker. Alter, der macht einen schnacken. Eiu, 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 eiu. Eiu, 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 eiu. Hast du Teleport? Naja, hinter dir ist Ari. Ich hab wie gesagt immer noch kein Teleport. Eiu, 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 eiu. Ja, wir können den Tau nicht halten. Eiu, 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 eiu. Hm. Alter. Ich bin halt so viel besser als wir. okay ja gut ja taue mir sowas mhm puh shit ahem